Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum aktuellen Transfer-Report. Es ist wieder Sonntag und damit Zeit für den Blick auf die aktuellsten Transfer-News aus der 1. und 2. Bundesliga. Die 2. Liga ist ja mittlerweile auch wieder am Start und logisch, dass somit bei allen 18 Zweitligisten die Kader nochmal ein bisschen verändert werden. Aber natürlich auch in der Bundesliga will man sich noch ein bisschen verändern und deswegen werfen wir heute einen gesonderten Blick auf Frankfurt, Dortmund, Bochum, Gladbach und Bayern. Haben aber auch reichlich andere News im Gepäck, also heute ist wirklich sehr viel mit dabei. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal rein in den aktuellen Transfer-Report. Und wir starten mit dem VfL Bochum, der wohl weiterhin auf der Suche ist nach Verstärkungen für die kommende Saison. Und Emanuel Ijoa von Fortuna Düsseldorf, der steht wohl beim VfL auf dem Zettel. Kontakt soll es zwischen dem Revierklub und der Spielerseite auch bereits gegeben haben. Emanuel Ijoa spielt hier aktuell bei Fortuna Düsseldorf, hat in der vergangenen Saison sicherlich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und nur noch einen Vertrag bis 2024. Düsseldorf selber hat ja eigentlich nicht vor, Ijoa abzugeben, weil man grundsätzlich in der Offensive auch deutlich zu dünn aufgestellt ist. Aber wenn es eben dann eine gute Ablösesumme gibt, dann würde man sicherlich auch durchaus mit sich reden lassen. Bochum selber hat sich ja in der Offensive schon deutlich breiter aufgestellt, alleine eben schon durch Quatengen und Daschner. Ijoa mit seiner Körpergröße von 1,91 Meter, seiner Flexibilität kann er sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum spielen, scheint aber zumindest mal eine ganz interessante Option für den VfL Bochum zu sein. Dass Gladbach im Zentralmittelfeld nochmal nachlegen will, ist seit längerer Zeit schon klar und Fabian Rieder ist ja auch der ganz klare Wunschspieler. Und das ist zumindest schon mal eine gute Nachricht für die Fohlen. Rieder selber, der will offenbar unbedingt zu Gladbach wechseln, denn wie die BILD berichtet, hat der Mittelfeldspielerangebot aus England vom FC Brentford und auch vom FC Fohlen abgelehnt, denn er will sehr, sehr gerne an den Niederrhein wechseln. Aktuell spielt ja Rieder noch für die Young Boys Bayern, steht dort noch bis 2025 unter Vertrag und genau dort liegt halt auch weiterhin noch so ein bisschen das Problem. Der Berater von Rieder, der hat auf jeden Fall bestätigt, dass es Austausch gibt mit anderen Klubs, aber nicht nur mit Gladbach. Und von ihm wurde auch nochmal klar gemacht, Gladbach muss erst verkaufen, bevor sie den Rieder-Deal offiziell machen können. Sprich, an sich sieht alles ganz gut aus. Rieder und Gladbach wollen es auf jeden Fall. Gut, Bern müssen wir natürlich dann nochmal überreden, aber auch dort wird man sicherlich gut verhandeln können, weil man ja hier auch über eine Summe von 13 Millionen Euro spricht. Aber dafür braucht eben Gladbach erstmal Geld durch Verkäufe und dadurch hakt es eben aktuell. Ich bin sehr gespannt, ob dann je länger das Thema läuft, vielleicht doch auch für Rieder ein Wechsel woanders hin interessant sein könnte. Wenn man aber am Ende die Chance hat, den 21-jährigen Schweizer Nationalspieler zu bekommen, ich glaube, dann wäre das schon ein richtig starker Transfer für die Borussia. Und bleiben wir bei einem Schweizer Nationalspieler aus dem zentralen Mittelfeld und reden über die Zukunft von Gibril Sow. Und dort ist ja aktuell nicht so wirklich klar, in welche Richtung es geht. Denn unter der Woche kam ja auf einmal die Meldung raus von vielen italienischen Medienberichten, Gibril Sow wechselt für 14 bis 16 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom. Es war ja sogar die Rede vom Medizincheck am Mittwoch. Allerdings hat Sow dann am Mittwoch wie gewohnt mit der SGE im Trainingslager in Österreich geweilt. Und somit ist er eben noch nicht zu Lazio Rom gewechselt. Aber die ganze Geschichte könnte wohl tatsächlich sich bewahrheiten. Zum Zeitpunkt meiner Videoaufnahme ist der Deal noch nicht fix. Aber Gianluca Di Massio berichtet, dass der Medizincheck an diesem Wochenende erfolgen soll. Zumindest dann, wenn letzte Details mit der Eintracht geklärt werden. Aber Sport 1 liefert dann nochmal eine ganz andere Sichtweise. Denn die sagen, dass es zwar ein Angebot gibt von Lazio, also das Interesse sei wohl auf jeden Fall da. Sows Zusage, die sei allerdings alles andere als sicher. Denn der Mittelfeldspieler hat sich wohl auch mit dem FC Sevilla getroffen, über einen Wechsel zu sprechen. Und auch die, ja, sind zumindest ein attraktiver Verein für den Schweizer, wodurch die ganze Geschichte sich auch noch ein bisschen hinziehen könnte. Also bei Gipri Sou, da gibt es auf jeden Fall reichlich verschiedene News. Mal gucken, in welche Richtung sich das dann noch entwickeln wird. Und sollte natürlich Gipri Sou die Eintracht dann auch noch verlassen, wäre er natürlich nach Daichi Kamada der zweite Stammspieler im Mittelfeld. Der geht und auch Jesper Lindström könnte ja, zumindest wenn die Ablöse stimmt, noch hinzukommen. Heißt, Frankfurt muss auf jeden Fall auf der Position nochmal nachlegen. Und einen Kandidaten gibt es wohl nun beim AC Mailand. Denn einem Bericht der Gazeta dello Sport zufolge zählt Frankfurt zu den Vereinen, die an dem französischen U-Nationalspieler Yassin Adli interessiert sind. Die Eintracht habe sich nach dem Spieler erkundigt, genauso wie der FC Sevilla. Interesse soll wohl auch der OSC Lille zeigen. Adli, der wiederum, ja, ist auf jeden Fall verfügbar. Aktuell steht er eben beim AC Mailand unter Vertrag, aber hat in der vergangenen Saison gar keine Rolle gespielt. Er kam nur auf sechs kurze Liga-Einsätze. Im vergangenen Sommer kam er nämlich von Girondin Bordeaux. Er wurde zuvor gekauft von Milan für circa 8,5 Millionen Euro. Dann hat er nochmal eine Leih-Saison dort verbracht. Auch richtig stark performt. 22 Scorer-Punkte hat er dort in der Saison gesammelt. Und dann ging es eben letzten Sommer nach Leihende endgültig zum AC Mailand. Und da hat er auf einmal unter dem Trainer Stefano Pioli gar keine Rolle gespielt. Auch deswegen hat er keine Perspektive bei Milan und der 22-Jährige ist somit zu haben. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Rein von den Fakten, die man jetzt so hört. Beim Vertrag bis 2026 wird er zwar auch nicht ganz billig, aber ich denke mal, ablösetechnisch bewegt man sich in einem ähnlichen Rahmen, wie eben auch Milan selber für Adli gezahlt hat. Und wenn man eben dann einen 22-jährigen jungen Mann bekommen kann, der ja auch schon in Frankreich gezeigt hat, dass er das Potenzial für mehr hat, dann klingt das für mich nach einem Deal, der auch in einer gewissen Art und Weise typisch Eintracht Frankfurt ist. Beim VfL Wolfsburg sucht man ja auch nach einer Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld. Und schon seit längerer Zeit ist ja Lovro Maillère von Stad Rennes der klare Wunschspieler. Zwei Angebote hatte der VfL wohl bereits abgegeben. Stad Rennes hat aber auch beide abgelehnt. Und somit geht natürlich das Buhlen und den 25-jährigen Kroaten weiter. Und das ist aber schon mal eine ganz gute Nachricht für Wolfsburg. Mit Maillère selbst hat man sich wohl nun geeinigt. Und damit ist man schon mal einen wichtigen Schritt weitergekommen. Problem ist und bleibt aber die Ablösesumme. Maillère hat noch einen Vertrag bis 2026 in Frankreich. Und die Franzosen wollen wohl circa 30 Millionen Euro als Ablöser haben. Wolfsburg selber hat aktuell ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben. Wenn es eben jetzt ein drittes Angebot gibt, kann es schon sein, dass man sich einigt. Vielleicht aber eben auch noch nicht. Aber Wolfsburg will auf jeden Fall aufs Gaspedal drücken, weil wohl eben auch Inter Mailand und Leverkusen durchaus an Maillère interessiert sind. Und Niko Kovac will ja den Linksfuß unbedingt in die Autostadt holen. Da auf jeden Fall hängt es sehr an der Ablösesumme. Auf jeden Fall natürlich schon mal ein wichtiger Fortschritt für den VfL, dass man sich mit dem Spieler selber einig ist und vielleicht auch dann erstmal dahingehend andere Konkurrenten auszustechen. Am Ende muss man sich aber immer noch mit Startrennen einigen. Ein interessantes Gerücht über einen möglichen Bundesliga-Wechsel gibt es ja aktuell um Joscha Wagnoman. Der hat ja vier Jahre als Profi zum Beispiel beim HSV gespielt, im letzten Sommer dann den Karriereschritt gewagt in die Bundesliga und beim VfB Stuttgart sich ja mittlerweile auch durchgesetzt. Vor allen Dingen auch, ich finde seine Füße und seine Athletik sind Attribute, die ihn richtig gut zur Entfaltung kommen lassen. Und somit hat sich natürlich auch Wagnoman weiterhin in den Notizzettel anderer Klubs geschrieben und Borussia Dortmund, die sind wohl auch tatsächlich am ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler interessiert. Denn laut den Stuttgarter Nachrichten haben die Schwarz-Gelben ein Auge auf den rechten Verteidiger geworfen. Schon während seiner HSV-Zeit stand er immer wieder im Fokus der Borussia, weil ja auch Wagnoman als 18-, 19-Jähriger als das größte rechtsverteidiger Talent eigentlich ja auch bei uns in Deutschland galt. Problem sicherlich bei Wagnoman war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder seine Verletzungshistorie. Er fiel ja schon sehr, sehr oft aus und sonst wäre er sicherlich schon jetzt einen Schritt weiter. Meiner Meinung nach wäre es auch für ihn am besten, selber jetzt erstmal noch ein weiteres Jahr in Stuttgart zu bleiben, dort zu reifen. Auch Sport1 berichtet davon, dass Dortmund Wagnoman auf jeden Fall auf dem Zettel hat. Das war aber wie gesagt auch schon zu Hamburger Zeiten noch so. Und natürlich sucht man eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Wagnoman scheint aber jetzt nicht der erste Kandidat dafür zu sein. Ich glaube schon, dass er über kurz oder lang durchaus auch sehr interessant werden könnte für den BVB. Diesen Sommer halte ich das aber noch für eher unrealistisch. Schauen wir auf Bayer Leverkusen und dort gibt es ja Neuigkeiten zu Jonathan Tah. Der hatte ja eine Ausstiegsklausel, die bis Ende Juni aktiv war. Die lag ja wohl bei ca. 18 Millionen Euro. Mittlerweile ist diese aber abgelaufen, sprich kein Klub hat dort zugeschlagen. Und trotzdem ist ein Verbleib bei der Bergself für Tah noch lange nicht sicher. Denn er selber liebäugelt auch weiter mit einem Vereinswechsel. Das hat er jetzt auch durchaus offen zugegeben über der Bild-Zeitung. Denn ihm ist auf jeden Fall bewusst, was er an Leverkusen hat. Aber er hört sich auch andere Dinge an und ist auch durchaus offen dafür. Darüber weiß aber auch die Bergself Bescheid. Denn schon immer hat Jonathan Tah betont, dass er gerne mal in der Premier League spielen würde. Und jetzt eben seit 8 Jahren in Leverkusen wäre es für ihn einfach der nächste logische Schritt. Leverkusen selber würde ihm er wohl auch keine Steine in den Weg legen. Zumindest dann, wenn die Ablösesumme passt. Also Premier League ist auf jeden Fall ein klares Ziel. Da gibt es aber aktuell auch kein konkretes Gerücht oder keinen konkreten Verein. Deswegen muss Tah da sicherlich nochmal abwarten. Er selber spielt aber ja auch in Leverkusen eine zentrale Rolle. Ist ja auch vor Xabi Alonso weiterhin als Abwehrchef, als Führungsspieler eingeplant. Also da müsste dann sicherlich schon ein sehr gutes Angebot kommen. Was am Ende eben dann auch alle überzeugt. Bleiben wir bei Leverkusen und sprechen über einen möglichen Neuzugang. Und zwar Sergio Arribas von Real Madrid. Leverkusen ist ja sicherlich ein Bundesligist, der bis hierhin auf dem Transfermarkt schon sehr aktiv war. Und auch viele interessante neue Leute hinzugeholt hat. Und damit hat man sich ja vor allen Dingen auch in der Spitze verstärkt. Rolfes selber hat aber auch schon klar gemacht, dass man natürlich sich weiterhin umschaut, ob es interessante Möglichkeiten gibt. Und genau diese Möglichkeit gibt es wohl nun in Spanien. Denn man hört auch aus Spanien, dass der Bundesligist Interesse an eben Sergio Arribas von Real Madrid hat. Kontakte, die seien auf jeden Fall bereits da. Vor allem eben auch dank Xabi Alonso, der selber jahrelang für Real Madrid gespielt hat. Arribas steht aktuell bei der zweiten Mannschaft unter Vertrag von Real und überzeugt dort als Spielmacher. Und hat in der vergangenen Saison 21 Tore gemacht und sieben vorbereitet. Nicht umsonst sind ja auch der BVB Leipzig oder auch Frankfurt an dem 21-jährigen Linksfuß interessiert. Ich glaube, Arribas wäre auf jeden Fall ein super interessanter Spieler für Leverkusen. Denn dort könnten ja auch noch ein paar Plätze im Mittelfeld frei werden. Nadiem Amiri wird ja immer wieder mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Bei Kerem Demebay gab es ja bereits Interesse von Galatasaray. Nun wohl auch konkretes Interesse aus Saudi-Arabien von Al-Shabaab. Und damit hätte Leverkusen auch hier sicherlich die Obstu noch mal ein bisschen Geld einzunehmen. Was man dann möglicherweise in Sergio Arribas investieren kann. Eine Geschichte, die uns ja hier im Transferreport über Wochen begleitet hat, war ja ein möglicher Wechsel von Benedikt Hollerbach. Und der ist nun auch endlich offiziell. Denn Union Berlin hat die Verpflichtung offiziell bekannt gegeben. Man zahlt wohl circa 2 Millionen Euro an den SVW in Wiesbaden. Und zur Vertragslänge machte Union wie gewohnt keine Angaben. An Hollerbach waren ja auch der 1. FC Köln und der 1. FC Heidenheim interessiert. Auch Düsseldorf wurde ja zuletzt mal ins Spiel gebracht, als der Deal mit Union dann doch schon sehr stark hakte. Aber nun ist die ganze Geschichte dann doch schon offiziell. Und die Aussagen von Manager Oliver Runert hören sich auch ganz klar so an, dass man erstmal mit Hollerbach auch bei Union Berlin plant. Denn auch eine direkte Weiterleihe wurde ja zumindest mal ins Gespräch gebracht. Aber Hollerbach, der hat jetzt auf jeden Fall die Chance, sich in der Bundesliga bei Union Berlin zu zeigen. Und einer, der sich dort nun auch zeigen darf, ist Alexander Schwolo. Er hat ja seinen Vertrag bei Hertha BSC aufgelöst und ist damit der zweite Spieler innerhalb eines Sommers, der von der Hertha zu Union wechselt und somit von dem einen Berliner Verein zum anderen. Luka Tuzar war ja der 1. und nun eben Alexander Schwolo. Und das ist sicherlich ein Wechsel, der für viele überraschend kam. Klar, Union war auf der Suche nach einer neuen Nummer 2, nach dem Abgang von Lennart Grill. Und trotzdem hätten, glaube ich, die wenigsten damit gerechnet, dass das Alexander Schwolo wird. Aber auch das wurde eben vor einigen Tagen offiziell gemacht. Offiziell ist auch der Abgang von Lee Buchanan bei Werder Bremen. Und den 22-Jährigen zieht es zurück in seine englische Heimat. Denn der linke Verteidiger hat ja Werder verlassen und schließt sich den Zweitligisten Birmingham City an. Über die Ablösemodalitäten wurde ja stillschweigend vereinbart. Spekuliert wird hier aber über eine Summe von ca. 1,5 Millionen Euro. Wie du kennen, gilt ja weiterhin als Talent auf der Position des linken Verteidigers. Viele Bremer Fans halten ja auch sehr viel von ihm. Aber er hat eben in Bremen bis hierhin unter Werner keine große Rolle gespielt. In der vergangenen Saison ja auch nur zweimal in der Startelf gestanden. Und nun ist das Kapitel auch schon wieder beendet. Ein neues Kapitel schlägt Timo Baumgartel auf. Denn auch sein Wechsel ist nun offiziell. Er spielt ja nun für den FC Schalke 04. Hat dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Schalke selber muss keine Ablöse zahlen. Denn sein Vertrag bei der Paceway Eindhoven wurde wohl aufgelöst. Allerdings sollen ein paar geringe, erfolgsabhängige Bonuszahlungen dann doch noch vereinbart worden sein. Baumgartel hatte die vergangenen beiden Jahre für Union Berlin gespielt. In der letzten Saison hat es dort nicht mehr die allzu größte Rolle gespielt. Und auch deswegen sich ganz bewusst für diesen Schritt in die 2. Bundesliga entschieden. Um eben auch wieder bei einem Verein, in dem Falle Schalke, eine wichtige Rolle einzunehmen. Und somit hat Schalke das Loch, was in der Endverteidigung ganz klar da war und noch ein bisschen auf jeden Fall da ist, schon mal sehr gut gestopft mit Timo Baumgartel. Blicken wir nun auf die Bayern und mögliche Abgänge. Denn aktuell dünnt man ja den Kader ordentlich aus. Marcel Sabitzer zum BVB, Alexander Nübel zum VfB Stuttgart. Sadio Mane soll ja möglichst nach Saudi-Arabien zu allen Nasser verkauft werden. Aber weitere Abgänge könnten auf jeden Fall bis zum 1. September auch hinzukommen und wohlmöglich sogar durchaus spannende Namen. Denn die Sportbild nennt in diesem Zusammenhang auch die beiden Nationalspieler Leon Goretzka und Leroy Sané. Klar, Goretzka wird ja schon seit längerem mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Thomas Tuchel setzt jetzt nicht komplett auf ihn. Hätte gerne dort nochmal einen anderen Spielertypen. Gerne einen richtigen Sechser. Goretzka selber will sich zwar durchbeißen, aber ein Abgang bleibt auf jeden Fall möglich. Und in Leroy Sané sieht Tuchel zwar enormes Potenzial, aber würden die Bayern ein passendes Angebot bekommen, dann würde man zumindest mal überlegen, ob man das nicht vielleicht sogar annimmt. Denn Serge Gnabry und ohnehin Kingsley Coman werden wohl mittlerweile einen Ticken höher gerankt, was einfach die Stammplätze angeht, wodurch man auch bei Leroy Sané gar nicht mal so abgeneigt wäre. Aber auch hier gilt sicherlich, ist das Ganze noch in einem relativ frühen Stadium. Wäre natürlich schon eine Nummer, wenn beide deutschen Nationalspieler die Bayern noch verlassen sollten. Und wenn wir schon mal bei den Bayern sind, dann gibt es auch ein sehr interessantes Gerücht. Denn der FC Bayern, aber auch Borussia Dortmund und der NB Leipzig haben Interesse an Stefan Lekovic, ein Top-Talent von Roter Stern Belgrad. Das berichtet Sport1. Der 19-Jährige ist Innenverteidiger, hat bislang 13 Mal für Belgrads Profi-Team gespielt und ebenso auch für Serbiens Junioren-Nationalmannschaften. Lekovic wurde zudem für den Golden Boy Award nominiert, mit dem ja der beste Nachwuchsspieler Europas ausgezeichnet wird. Und damit sieht man natürlich schon, da schlummert auf jeden Fall großes Potenzial. Die Bayern selber sind aber auch weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern. Ich denke mal, vor allem auch ein junger Innenverteidiger könnte für die Kaderbreite nochmal ganz interessant sein. Laut Sport1 war wohl auch Manchester City bereits mal am 1,92 Meter großen Talent interessiert. Die Bundesliga sei aber wohl ein interessanteres Ziel für Lekovic und somit können sich Bayern, Dortmund und Leipzig hier durchaus Chancen ausrechnen. Wirklich konkret scheint die ganze Geschichte aber noch nicht zu sein. Es ist nichts zu hören von irgendwelchen Angeboten, aber auf der Liste steht der Youngster wohl möglich auf jeden Fall. Und eine Liste der Bayern, die wird ja immer länger. Und das ist die Liste von möglichen neuen Torhütern. Alexander Nübel ist schon weg, Neuer wird den Saisonstart verpassen und Jan Sommer will die Bayern auch gerne wieder verlassen, um regelmäßiger zu spielen. Inter Mailand ist ja dort sehr stark interessiert. Dementsprechend muss ein neuer Keeper her und am besten natürlich einer, der wirklich auf Top-Niveau funktioniert und dort werden ja reichlich Namen gehandelt. Zuletzt vor allen Dingen auch David Raja und auch Yassin Bono, zudem ja auch mal Kamil Grabara, Robert Sanchez, Oliver Baumann oder auch Georgi Mamadashvili. Und nun kommen dazu auch nochmal zwei, ja schon sehr prominente Namen. Denn wie die BILD berichtet, will der Rekordmeister auch Kontakt zu David De Gea aufnehmen. Die langjährige Nummer 1 von Man United unter der spanischen Nationalmannschaft ist seit dem 1. Juli vereinslos und somit wäre De Gea ja entsprechend ablösefrei zu haben. Sky hat die ganze Geschichte noch wieder so ein bisschen dementiert. De Gea wäre wohl auch zu teuer, was das Gehalt angeht, wird nicht so richtig in diesen Posten reinpassen und ich persönlich würde von dem Deal auch nicht allzu viel halten. Aber auch Wojciech Czesny wird auf jeden Fall hier nochmal ins Spiel gebracht. Ist ja aktuell Stammkraft bei Juventus Turin und auch der polnischen Nationalmannschaft. Juve selber will ihn zwar nicht abgeben, dadurch ist die ganze Geschichte ein Ticken unwahrscheinlicher. Wäre für mich aber in dem Falle nochmal ein Ticken der bessere Keeper im Vergleich zu De Gea. Am Ende muss man aber auch dazu sagen, sind das wohl eher unwahrscheinliche Namen, auch wenn es große Namen sind. Bayerns Torwartssuche ist einfach wirklich auch weiterhin unglaublich kompliziert. Kompliziert ist die ganze Geschichte ja auch bei Harry Kane und trotzdem geht es wohl zumindest mal Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Denn in dem Poker um Harry Kane ist diese Tage auf jeden Fall nochmal ordentlich Bewegung gekommen. Bayerns neuer Boss Jan-Christi Andresen und auch der technische Direktor Marco Neppe sind da nicht mit auf der Asienreise, um eben die nächste Verhandlungsrunde mit den Tottenham-Bossen persönlich führen zu können. Klar ist, Bayern hat bislang 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten. Das ist für die Spurs deutlich zu wenig. Die verlangen ja wohl umgerechnet 117 Millionen Euro. Und eine ähnliche Größenordnung nannte ja zuletzt auch die Times. Und beim FC Bayern ist man wohl mittlerweile bereit dafür, sich dieser Forderung auch anzunähern. Denn dem Kicker zufolge würden die Münchner, wenn nötig, auch mehr als 100 Millionen Euro für Kane zahlen, weil einfach der Stürmer der absolute Wunschspieler des deutschen Rekordmeisters ist. Eine Einigung scheint wohl auch durchaus realistisch zu sein. Es gibt eben jetzt diesen Showdown um Harry Kane, bedingt eben auch durch das persönliche Treffen. Und selbst Tottenham ist mittlerweile gar nicht mehr so abgeneigt, weil man Kane noch auf keinen Fall ablösefrei verlieren will. Es wird aber sicherlich eine Ablöse sein, die umgerechnet sicherlich ungefähr auch mal mindestens bei den 100 Millionen Euro liegen wird. Und somit war das der aktuelle Transferreport aus der 1. und 2. Bundesliga. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.